Grüezi miteinander! Wir sind hier im Rosenbärenland zuständig für das Wohl unserer drei Bären. Mein Name ist Hans Schmid. Ich bin Daria Jörg mit Ihnen. Und ich bin der Rocco Scalori mit Lobo. Unsere Hauptarbeit im Winter besteht aus einer Zugkontrolle und primär auch stark aus Schneeschaufeln Schneeraumen. Mit den Bären haben wir im Moment nicht viel zu tun, denn diese sind ganz natürlich in der Winterruhe. Und eigentlich würden wir auch gerne in die Winterruhe gehen.